Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Tag, Mademoiselle. Guten Tag. Sie wären noch hübscher, wenn Sie angeschnallt wären. Und was ist, wenn ich mich weigere? Das sind Strafzettel, die Sie von den Autos entfernt haben. Nein, werden Sie ja nicht frech, junger Mann, sonst hole ich die Polizei. Das brauchen Sie nicht, ich bin von der Polizei. Wunderbar, das geschieht dem Keil recht. Wieso, der ist doch nicht übel. Den Typen findest du nicht übel, ich glaub's nicht. Komm und tanz, tanz mit uns diesen Tanz. Wir laden ja auch nicht alle Tage die Verlobte unseres Sohnes ein. Spinnst du, lass das. Ist irgendwas? Nein, nein, alles Bestens. Ja, Paps. Mama? Sie ist beim Nachbarn und raucht einen Joint. Na, alles in Ordnung, mein Engel? Oh, hallo. Hallo, wie geht's? Wollen wir? Es ist so erniedrigend. Mein Leben wird bestimmt von einem Rupen. Ich will wissen, wer die Frau ist, die er nicht verlassen kann. Guten Tag. Und er ruft mich nicht mal an. Sei froh, dass er nicht gekommen ist. Der Kuchen schmiert scheußlich. Was meinst du, kann man bei dem Gesicht noch verschönern? Du könntest schon mal den Karamell weib machen. Okay. Okay. Und er ruft mich nicht mal an. Hmm? Ah! Ew. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020